Moin moin Freunde, ShaneTSGTV Reviews mal wieder am Start und zwar gibt es heute mal wieder eine neue Pizza It's ShaneTSGTV Add me on Instagram At ShaneTSGTV Und zwar hatte ich die schon mal, aber da hatte ich kein Review gemacht und zwar ist es die Bio-Steinovenpizza Salami Rucola Diesmal im Test für das Video Sonst immer nur bei meinen Einkaufsformen auf dem Hauptkanal gereviewt, sag ich mal Wir gucken mal rein, es ist mega, also die schmeckt schon gut, kann ich euch schon sagen, aber ich zeig die euch mal so Im Real Life sozusagen Steine auf den Pizza, Salami Rucola So, da ist das gute Stück Sieht man? Sieht man Gut Komm her, hier Fehlt schon, fällt schon der Rucola runter Ist einfach nur Gefrorene Rucola Ist eigentlich ein Wunder, dass das nicht verbrennt, weil das einfach so dünn ist und es liegt hier so oben auf Ist schon heftig So, das ist der Rucola mit Salami Parmesan ist das glaube ich hier in diese großen Stücke Und ja, stinkt nochmal in Gouda Und Tomaten Schmeckt echt gut und ich möchte euch diese Pizza einfach nochmal präsentieren, weil die so mega nice war Ich hab die einfach aus Testgründen, sag ich mal, gekauft und die hat so geil geschmeckt Und ich hab's mir einfach nochmal gewöhnt Wir legen los, Freunde Ihr müsst jetzt nicht warten, ich muss wieder 20 Minuten warten Bis gleich Jawohl Jawohl So, da ist das gute Ding So sieht's aus Der Rucola hat jetzt doch ein bisschen gelitten anscheinend Und ich hab Das Pizzamesser vergessen Ist los mit mir So, ähm Pizza schneiden Am PC gar nicht so gut Ich mach wieder vier Stücken Alles cool So 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 sieht das Ganze aus jetzt Wir beißen rein Guten Appetit auf jeden Fall Voll nice Ist bloß ein bisschen viel Fett, finde ich Also ich weiß nicht, ob das Fett ist Das könnte auch von den Tomaten sein Aber Ich glaub, hier kommt alles ineinander Ist ganz schön viel Aber es schmeckt einfach Und heiß ist es Oh Teig ist Bombe Der von anderen Pizza War sehr knusprig Und der ist mehr weich Aber stört nicht Dafür ist der Rand ultra knusprig Voll geil Geht übelst ab Kann man sich gut geben Freunde Ich werde das Ganze jetzt hier verspeisen Das ist die Pizza Schmeckt übelst nice Ich weiß nicht Ob das Bio jetzt gerechtfertigt ist Aber na gut Es gibt so vieles aus biologischem Anbau Und dann ist es aber trotzdem bloß Es schmeckt einfach Ich weiß nicht Es gibt ja keine andere Kreation Ohne dieses Bio Symbol Also diese Kreation Ist nur mit diesem Bio Symbol Was ich bis jetzt gefunden hab Bei uns Mega nice Ich glaube Pizza Reviews machen wir jetzt öfters Ähm Aber ich mach dann Also ich mach nicht so eine Standard Pizzen So wie ihr Jeder kennt so Sondern so ein bisschen was ausgefallen ist Was nicht jeder kauft Sonst wär's ja langweilig Nice Dafür einen Daumen hoch Wenn ihr die Soyanka Pizza mal sehen wollt Und die noch nicht gesehen habt Klickt jetzt mal oben rechts Sollte jetzt dort erscheinen Wenn ich es nicht vergessen habe Ansonsten dann im Abspann Ich bedanke mich fürs Einschalten ShaneTasteTV Reviews Mit vollem Mund spricht man nicht Mach's gut Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal IchImiti Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Schein Bis zum nächsten Mal week